Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier zu den ÖPNV News. Ich bin's, der Bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Zu einer neuen Breaking News. In der Nacht vom 15.06. zum 16.06.2019 ist ein neues Buspaket für OMSI 2 erschienen. Das Ganze kommt von Sobol und beinhaltet drei Busse. Und diese wollen wir uns heute mal in der Folge mal in der ÖPNV News heute mal so ein bisschen anschauen. Das Ganze ist auf OMSI Webdisk erhältlich. Rund um 2 GB ist es groß. Zum Upload war es eigentlich geplant gewesen, dass es am 15.06.2019 erscheint. Um 23.59 Uhr. Dadurch, dass es da ein paar Komplikationen gibt, wird es wahrscheinlich denn erst zum 16.06. denn irgendwann im Laufe des Tages erhältlich sein. Wir durften sie vorab schon mal testen. Vielen, vielen Dank da an Sobol dafür, dass wir jetzt hier euch schon mal so ein kleines Bildmaterial hier dementsprechend liefern können. Und das erste ist so. Handelt es sich hierbei um den MAN A21, welcher halt komplett neu gebaut wurde. Es gibt noch den A37, den man hier als Hybridbus fahren kann. Also wir haben uns das Ganze angeschaut. Das Fahrzeug sieht großartig aus. Der Sound ist super vom Bus. Und ja, ihr seht es ja selbst. Eigentlich gibt es da an dieser Stelle nichts zu meckern. Es ist aber auch bloß ein ganz normaler MAN A21. Also MANs gibt es natürlich jetzt schon wie Sand am Meer im OMSI 2. Von daher hat uns das Ganze jetzt nicht so umgehauen. Die ganzen Texturen, die ihr da seht und alles sowas, das ist eigentlich sehr, sehr großartig. Also es sieht wirklich hübsch aus. Ich musste allerdings ein bisschen was tricksen, denn die Texturen von dem Bus, die sind relativ hoch. So ein bisschen kann man das ähnlich sehen wie mit der Solaris Urbino Familie. Der zweite Bus, der mit dazu kommt, ist der MAN Göppel. Und hierbei handelt es sich um einen kleinen Bus, der ist wirklich mega klein und bereichert OMSI deshalb umso mehr. Denn wir haben hier wirklich einen kleinen Überland, also nicht mehr Überlandbus, einen kleinen Nachtbus oder sowas, welches meiner Meinung nach dem Zito sehr, sehr ähnlich ist. Und der Zito aber allerdings halt immer so seine paar Probleme hat, finden wir diesen Bus eigentlich ziemlich großartig. Wir haben den natürlich selbst getestet, auch von der ganzen Fahrweise. Ist es natürlich sehr gut umgesetzt. Auch die ganzen Texturen natürlich sind sehr hochauflösend und wie ihr schon seht, der Innenraum, ja, fantastisch. Eigentlich gehört da wohl noch ein Anhänger dazu, dieser wird allerdings nicht mitgeliefert. Und vom Cockpit her natürlich hat sich hier dementsprechend auch noch nichts verändert zum MAN A21 und A37. Und der dritte Bus im Bunde, ja, das ist ein Neoplan. Und ganz ehrlich, Neoplan ist ja nun nicht ganz verbreitet in OMSI, wie man es jetzt bei dem Zitaro, Zito, weiß ich, wie sie alle heißen, Solaris-Bussen oder sowas. Neoplan ist halt schon ein bisschen sehr eigen. Es gibt halt einen Reisebus und eine ältere Variante. Mit dem neuen OMSI-Bus-Paket von Sobol kommt ein moderner Neoplan mit dazu. Wir selbst haben die natürlich auch schon getestet und sind und gefahren. Und müssen ganz ehrlich sagen, es ist mal großartig, mal sowas wieder zu sehen. Und das wird jetzt wahrscheinlich ein Bus werden, der jetzt auch öfter im Einsatz ist. Weil Neoplan ist jetzt halt nicht so die Marke, die man jetzt halt immer fährt, sondern ist eher so ein Randbezirk. Die Texturen und alles sowas sind wieder natürlich sehr hochauflösend. Also auch hier kann man absolut nicht meckern. Das komplette Dashboard sieht sehr schön und aufgeräumt aus. Und sonst ist natürlich der Bus dem MAN A21 doch sehr ähnlich. Außer, wie gesagt, dem Dashboard halt. Und ja, das sind sie schon, die Busse, die wir hier haben. Könnt ihr euch jetzt aktuell runterladen, wie gesagt, auf OMSI-Webdisk, wenn es jetzt natürlich zum Aufnahmezeitpunkt schon erhältlich ist. Wie gesagt, jetzt ist es der 16.06.2009. Wir haben nämlich gerade das Ganze im Livestream zugespielt bekommen und durften uns das dementsprechend halt zum Ende des Livestreams dementsprechend halt schon anschauen. Und daraus folgt jetzt praktisch die News. Und wir werden uns das Ganze natürlich in den Let's Plays anschauen. Wir werden alle drei Busse mal rundum fahren. Soundtechnisch gibt es auch an diesem Punkt echt nicht zu meckern. Wie gesagt, der Hybridbus, der jetzt allerdings nicht auf dem Bilde ist, sieht auch wirklich toll aus. Also da kann man wirklich sagen, diese zwei Gigabyte, die ihr da runterladen, müsst, die lohnen sich halt wirklich. Und das Schöne ist natürlich, es ist komplett kostenlos. Ihr bezahlt dafür nicht einen Cent. Es wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Update geben, denn auch wir haben natürlich ein paar Fehler gefunden, die noch behoben werden. Mal schauen, wann das nächste Update jetzt in den nächsten Tagen eventuell halt schon ansteht, wenn natürlich das erste Feedback natürlich eingeht. Wenn wir euch dementsprechend halt auf dem Laufenden halten. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, wie euch das Ganze gefällt. Habt ihr das vielleicht im Livestream bei uns gesehen? Oder seid ihr die natürlich schon selbst abgefahren und findet ihr einfach klasse? Oder ist euch vielleicht was aufgefahren, was euch jetzt nicht ganz so gefällt? Dann schreibt das in die Kommentare. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und ja, hoffentlich kommt jetzt nicht noch eine Breaking News, denn ja, die Original-News-Folge ist dementsprechend schon abgedreht gewesen und passte halt dementsprechend nicht mehr rein. Aber so konnten wir das Ganze jetzt halt in einer separaten Folge packen. Und ja, damit verabschiede ich mich schon. Und wir sehen uns natürlich zur nächsten News hier auf diesem Kanal wieder. Und damit verabschiede ich mich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschau, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.